Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video geht es wieder um Aminosäuren und deren Chelatkomplexe. Als Vorkenntnisse für dieses Video solltet ihr mitbringen Kenntnisse über Salze, Ionen und deren Dissoziation. Es wäre schön, wenn ihr über Komplexbildung, den Chelateffekt und die Chelate schon etwas gehört habt. In diesem Video sollt ihr etwas über die Bedeutung der Chelatbildung für die Lebensprozesse erfahren. Der Film ist in vier Punkte gegliedert. 1. Kupfer-2-Ionen 2. Chelatbildung 3. Bedeutung der Chelatbildung 4. Zusammenfassung 1. Kupfer-2-Ionen Das relativ edle Metall Kupfer kann je Atom zwei Elektronen abgeben und dabei ein Kupfer-2-Ionen bilden. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen. 5. Be riots und Hause 5. Desen